Hallo liebe Freunde der Karibik. Im Rahmen unserer Reihe beste Restaurants und Bars nehmen wir euch heute mit auf eine Reise nach St. Kitts und Nevis. Ziemlich im Norden der kleinen Antillen liegt Nevis, die kleinere der beiden Inseln. Direkt am wunderschönen Nes Beach, an deren Karibikseite liegt Sunshine's Bar und Grill. Bereits seit 1991 folgte Inhaber Sunshine seine Gäste nicht nur mit einer Bromuffin-Strandlage, sondern auch mit frischem Seafood, Langusten, regularen Fisch, Barbecue und natürlich leckeren Cocktails und Wings. Außerdem verrät er uns das Rezept für den weltberieten Killer New Rum Punch. Naja, bis auf seinen Ernährungsviertel. Viel Spaß und bis bald, eure Kill in Amist. Bis bald, unser Uniebuss. Hey, 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 hey! Ich bin Sunshine's from Sunshine's Bar. Ich werde dich auf eine spezielle Bromarsche machen können. Das ist die Nummer 1 in der Karribe, das ist die Rumpfung. Und hier geht's. Start with ice. Your rum. Your passion food. Das ist die Magik Siege, die Magik Portion. Ich kann nicht sagen, was es ist. Das sind die Hauptingredient für die Kinder. Und ich kann nicht sagen, wenn ich das sage, dann werden Sie nicht mehr schüttet. Just pay attention. Splash of Perrier. Das war die Schwerpilers. Das war die Schwerpilers. Ich bin schon mal ein bisschen dran. Ich bin schon dran. Ich bin schon dran. Ich bin schon dran. Bis zum nächsten Mal.